Also dann begrüße ich wieder zur Vorlesung. Also heute ist nochmal Python dran und nächste Woche ist nochmal Python. Und dann gibt es ja noch mal kurz eine kurze Zusammenfassungsvorlesung, so kurz vor der Prüfung. Und dann sind wir ja auch schon mit dem Modul durch. Ja, also heute geht es noch ein bisschen weiter mit Python-Grundlagen. Wir werden uns mit Algorithmen beschäftigen. Dann schauen wir uns mal an, was Python so für eingebaute Funktionen hat. Dann geht es darum, wie man seine eigenen Funktionen schreibt. Und dann werden wir noch schauen, wie man mit Python effizient Daten transformiert. Wir hatten ja bis jetzt Vorschleifen, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, um das effizienter zu machen. Ja, und das sind so die Themen der heutigen Veranstaltung. Erstmal zum Begriff Algorithmus. Also ein Algorithmus beschreibt, laut Wikipedia beschreibt das eine allgemeine Handlungsvorschrift, die man zur Lösung eines Problems benutzt. Das heißt, hier haben wir mehrere wohl definierte Schritte, die abgearbeitet werden. Und so können Sie dann halt, ja, das dem Computer beibringen. Also ein Algorithmus ist durch einen Computer beschreibbar, ist durch ein Computerprogramm beschreibbar, ist ja auch in der Mathematik anwendbar. Da kommt ja der Begriff Algorithmus her. Ja, und wir werden heute mal einige einfache Algorithmen auch umsetzen. Prinzipiell ist ein Algorithmus folgendermaßen aufgebaut. Also Sie haben eine Eingabe, dann passiert irgendwas, das ist dieses Putput hier, und dann gibt es eine wohl definierte Ausgabe. Also, das ist so der grundsätzliche Algorithmus. Sie haben Eingabedaten, dann passiert was mit diesen Eingabedaten, und am Ende gibt es Ausgabedaten. Das ist prinzipiell, was ein Algorithmus macht, und das ist auch, was so Funktionen machen. Für die heutige Veranstaltung habe ich hier mal eine Hilfsfunktion definiert. Mit der kann man Punkte auf einem XY-Plot 2D-Plot darstellen. Das nutzt Matplotlib, Matplotlib selber ist nicht prüfungsrelevant, ich nutze das hier nochmal zur Visualisierung. Also nicht wundern über diese Plot-Funktion. Das ist nur zur grafischen Darstellung. Wer da mitmachen will, das leere Notebook gibt es hier immer auf Moodle. Da müssen Sie halt diese Prozent-Pip-Install-Matplotlib-Zeile hier ausführen. Das ruft halt den Pip-Befehl auf. Installiert dieses Modul. Da müssen Sie den Kernel neu starten. Kennen Sie ja schon. Ja, und dann ist diese Plot-Funktion verfügbar. Und diese Plot-Funktion übernimmt halt eine Liste an und plottet die dann jeweils den Index auf x und den Wert auf y. Das ist einfach nur, damit man einige der Sachen besser nachvollziehen kann. Sieht halt optisch besser aus. Die 1 ist also jetzt hier bei x 0, bei Index 1 ist die 3, 5, 5, 6. Und das werde ich jetzt häufiger nutzen, damit Sie das... Weil optisch sieht manchmal besser aus, als wenn man einfach mit reinen Zahlen arbeitet. Zuerst möchte ich mal auf eingebaute Funktionen bei Python eingehen. Eingebaute Funktionen haben Sie schon einige kennengelernt, ohne dass ich das eingebaute Funktion genannt habe oder Build-In. Das sind immer Sachen, wo Sie so ein Wort haben, zum Beispiel Print und dann Klammer auf. Dort schreiben Sie etwas rein und Klammer zu. Das sind dann Build-Ins. Das sind also Funktionen, die bereits bereitgestellt werden von Python. Da habe ich jetzt mal hier den Link zu Build-In-Funktion aufgemacht. Wie Sie hier sehen, gibt es sehr viele. Das hier ist die komplette Liste an Build-In-Funktionen. Ich werde jetzt nicht alle besprechen, sondern ich habe mal einige herausgepickt. Und einige davon kennen Sie auch schon. Und die Dokumentation dieser eingebauten Funktion habe ich hier auch verlinkt. Ja, die erste, die wir hier haben, ist Print. Das kennen Sie ja schon. Mit Print kann man Text auf der Konsole ausgeben. Und das ist nichts Neues. Print, hallo Welt. Heute ist Freitag. Also Print gibt ihr einfach auf der Konsole aus, beziehungsweise hier bei Jupyter ja in diesen Zellen hier drunter. Doch, doch, das ist prüfungsrelevant. Das ist ja das normale Praktikum Vorlesung 13 auf Moodle. Was nicht relevant ist, ist die Verwendung von Matplotlib für diese Visualisierung hier, die ich hier eingebaut habe. So, dann geht es jetzt, genau, die nächste Funktion, die ist Input. Input kennen Sie auch schon, damit kann man ja von der Konsole lesen. Ja, das ist auch nichts Neues. So, teilweise bekannt ist die Funktion Abs. Mit der Abs-Funktion wird der Betrag einer Zahl gebildet. Betragsbildung bedeutet ja, wenn die Zahl negativ ist, wird sie positiv. Und wenn sie schon positiv war, bleibt sie auch positiv. Das ist zum Beispiel Abs 3 oder von irgendeiner Variablen, die Sie da übergeben, ist 3. Und Abs minus 3 ist auch 3, weil halt das Vorzeichen von Minus auf Plus geändert wird. Ist halt Absolutbetrag. Mit der Funktion round wird gerundet. Ja, also kennen Sie ja, also wenn es kleiner als 1,5 ist, wird abgerundet. Wenn es größer als 1,5 ist, wird aufgerundet. Anders ist ja aber das Verhalten von 0,5. Das funktioniert nicht ganz so wie im Deutschen. Also im Deutschen nennt sich das hier kaufmännisches Runden. Das ist definiert in der dünnen 1,3,3,3. Und der besagt, wenn Punkt 5 dort steht, also zum Beispiel 1,5, wird aufgerundet zur 2. Und bei 2,5 zur 3 und so weiter. Was Python verwendet, nennt sich Round Half to Even. Das heißt, wenn dort Punkt 5 steht, wird zur nächsten geraden Zahl gerundet. Im Deutschen wird es auch mathematisches Runden genannt. Und um die Verwirrung zu erhöhen, im Englischen heißt das Bankers Rounding. Und Bankers Rounding heißt hier übersetzt kaufmännisches Runden, aber die bedeuten beide, was kommt seit anderes. Also da müssen Sie aufpassen. Um das mal als Beispiel zu zeigen, also ich mache zum Beispiel mal Round 1,5. Und das ergibt 2, das macht Sinn. Ich mache Round 2,5. Und das ergibt auch 2. Eigentlich müsste ja hier zu 3 gerundet werden, so wie Sie kennen. Aber da ja die Rundungsregel ist, Runde halb zu gerade, wird halt zur geraden Zahl gerundet. Und das ist halt die 2 und nicht die 3. Heißt, bei 3,5 wird jetzt wieder zu 4 gerundet, weil das hier die gerade Zahl ist. Und wenn ich 4,5 mache, wird auch zur 4 gerundet, weil das die gerade Zahl ist. So, dann gibt es noch ein paar Funktionen, um mit anderen Zahlensystemen zu arbeiten. Die für Sie wichtigen sind dabei Bin und Hex. Es gibt auch noch Okt, aber Oktalzahlen hatten wir ja nicht. Sie wissen ja noch, ganz am Anfang der Vorlesung, Binärzahlen 0 und 1 und Hexadezimal von 0 bis f. Ist Ihnen hoffentlich noch ein Begriff. Ja, und mit diesen Zahlen kann man auch in Python arbeiten. Dazu gibt es die Funktion Bin und Hex. Mit Bin können Sie eine Zahl nach Binär umwandeln. Und mit Hex können Sie eine Zahl nach Hexadezimal umwandeln. Auffallend ist hier, wenn man das umwandelt, also zum einen kommt dort bei einer Zeichenkette heraus. Und das zweite, was auffällt, ist, es gibt hier so einen 0b davor, beziehungsweise 0x. Das ist ein Präfix, was halt kennzeichnet, was das für eine Zahl ist. Wir hatten ja festgelegt, dass bei uns ein b dahinter für Binär steht und ein h dahinter für Hexadezimal. Und ein d dahinter, wenn es nicht eindeutig ist, für Dezimal. Das ist halt hier anders. Die haben wir festgelegt, 0b ist Binär und 0x ist Hexadezimal. Ja, mit diesen zwei Funktionen können Sie also Dezimal nach Binär beziehungsweise Hex umwandeln. Und das geht natürlich auch umgekehrt, indem Sie ein 0b literal verwenden. Das zeige ich hier mal. Ich mache mal 0b davor und dann schreibe ich hier eine Binärzahl hin, zum Beispiel 1 0 1 0. Und das ergibt ein Dezimal 10. Und da schreibe ich mal hin 0x ab. Das ergibt Dezimal 171. Und natürlich kann man auch noch auf andere Arten hier runden, nicht runden, umwandeln. Angenommen, Sie möchten direkt von Hexadezimal nach Binär. Nehmen Sie einfach die Bin-Funktion, schreiben dort 0x ab rein und dann wird direkt das 0x ab nach Binär umgewandelt. Man kann also in verschiedene Formen umwandeln und man kann natürlich auch die Formate mixen, wenn man rechnet. Also man kann auch 0x a plus 0b 1 0 machen, plus 3. Und dann kommt halt 15 raus. Ob das Sinn macht, die so zu mixen, ist ja natürlich dahingestellt, aber es geht. Und das heißt, hier können Sie auch Python als Taschenrechner nutzen, um umzurechnen. So, hier ist die Frage, können Sie sagen, in welchem Umfang Python in der Prüfung drankommt? Ja, also man kann ja mal so grob abschätzen. Also wir haben ja jetzt gehabt, wie viele Vorlesungen haben wir insgesamt? Also wir haben ja 14 Vorlesungen. Und in 4 davon kommt Python heran. Da können Sie ungefähr gewichten, wie wichtig Python in der Prüfung sein wird. Und das gleiche ist für Linux, da hatten wir ja 2 Praktika dazu. Da können Sie das ja auch ungefähr abschätzen, wie der Schwerpunkt liegt. Sie können wohl davon ausgehen, je nachdem, wie lange eine Prüfung war, umso wichtiger ist das Thema. So als Groborientierung. Letztes Jahr haben Python und SQL zusammen 40% der Punkte ausgemacht. Ist aber der Wert vom letzten Jahr. Wie es dieses Jahr sein wird, weiß ich noch nicht. Ich habe ja die Prüfung noch nicht fertig. Gut, dann gibt es weitere eingebaute Funktionen. Und es ist zum einen Ort, also Ordinal ermittelt für ein Zeichen in Unicode, Codepunkt. Was bedeutet das? Ich mache hier mal Ordinal von Groß A. Und das ist 65. Das heißt, das entspricht den Werten der ASCII-Tabelle. Sie merken hier schon, ich kann ja sehr schön auf feurige Fäuserung gerade eingehen. Also 65 ist der Wert in der ASCII-Tabelle für das große A. Und zudem unterstützt diese Funktion hier Unicode. Das heißt, neben Ort A kann ich hier auch andere Sachen eingeben. Zum Beispiel Ort L. L ist ja nicht in der ASCII-Tabelle, aber im Unicode. Da kommt hier halt der Wert 196 zurück. Das entspricht übrigens auch dem Wert laut LATIN1-Codierungstabelle. LATIN1 hatten wir auch mal in einem Praktikum so als Beispiel. Und natürlich unterstützt das... Genau, das hier ist gerade in Dezimal der Wert. Sie können das natürlich auch in Hexadezimal umrechnen. Ich mache mal Hexort L. Da kommt hier raus 0xc4. Und ich meine, man kann ja mal danach suchen. Genau, Liste von Zeichensätzen mit dem Zeichen L. Das ist halt Unicode-Codepunkt. Ja, 0xc4. In Unicode wird das halt dargestellt mittels U plus 0,0c4. Das ist einfach, wie man die Codepunkte hinschreibt. Das ist aber mein Hexadezimal. Funktioniert also. Und jetzt mache ich mal noch ein Beispiel für einen Emoji. Den habe ich schon vorgetippt, weil es uns immer so schlecht geht. Damit sich mal noch von dem den Ordinalwert... Der wäre ja in Dezimal 128.540. Und in Hexadezimal wäre der 0x1f61c. Suchen wir auch mal nach 1f61c. Genau, da sehen Sie direkt, 1f61c ist dieses Emoji hier. Also, die Funktion unterstützt seit Unicode. Das heißt, die gibt immer den Wert der Unicode-Tabelle zurück. Ja, und dann gibt es noch die Funktion chr. Die macht das Gegenteil. Das heißt, da geben Sie eine Zahl an und die gibt dann zurück, was das für ein Codepunkt ist. Ja, chr66 zum Beispiel. Das ist das große B. Oder chr0x1f61d. Das ist das Zeichen, was halt kodiert ist direkt nach diesem Emoji. Das ist halt das hier. Also natürlich, für solche hohen Sachen wie Emoji werden Sie das natürlich nicht anwenden. Aber zum Beispiel, wenn Sie mal irgendwas in der ASCII-Tabelle vergleichen wollen, können Sie auch das hier verwenden. Wie gesagt, bis zu 127 ist Unicode-ASCII-kompatibel. Das heißt, man kann das auch dafür verwenden. Wenn beides nicht davor steht, ist es Dezimal. Das ist also einfach die 66 Dezimal. Und man kann alle Zahlen gegenseitig verwenden. Also, egal ob Sie da hexbinär oder dezimal hinschreiben, das wird intern von Python trotzdem in das gleiche Zahlenformat übertragen. Das ist immer nur, also intern wird es ja trotzdem binär gespeichert. Das ist immer nur, wie Python das halt für den Nutzer darstellt. Dann wissen wir ja auch noch, es gibt sogenannte Datentypen. Das ist auch nichts Neues. Das geht mit Type. Das ist auch eine eingebaute Funktion. Da gibt es jetzt auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Mit Type haben wir ja schon häufiger gearbeitet. Deswegen nur nochmal, um das kurz zu zeigen. Was Sie von den eingebauten Funktionen ja auch schon kennen, sind, gut, Bool kennen Sie nicht so wirklich. Ja, Sie kennen Float, Int, List und String. Das sind ja, ich habe das ja Casten genannt. Im Prinzip sind das Funktionen, die zwischen Datentypen hin und her wechseln. Und den anderen Programmiersprachen nennt man das Casten. Das kennen Sie auch schon. Zum Beispiel ist es gleich 1.234. Dann können Sie hier so casten. Und bekommen dann dort zum Beispiel die Gleitkommazahl heraus. Was wir dabei noch nicht behandelt haben, ist jetzt Bool. Bool konvertiert halt den übergebenen Wert in einen Wahrheitswert. Bei Bool ist die Regel, es ist wahr, wenn 0 oder nicht leer. Also wahr, wenn nicht 0 oder nicht leer. Beispiel. Bool 1 ist wahr, weil das ist nicht 0. Bool 0 ist falsch, weil das ist 0. Wenn Sie eine Zeichenkette übergeben, das ist wahr, weil die Zeichenkette ist nicht leer. Und das ist falsch, weil die Zeichenkette ist leer. Gilt auch für Listen. Das ist eine leere Liste, die ist falsch. Und das ist eine gefüllte Liste mit einer 0 drin, die ist wahr. Also damit kann man auch Wahrheitswerte erzeugen. Geht natürlich auch auf andere Varianten. Aber damit kann man zum Beispiel prüfen, ist die Liste leer, kann man die halt zum Beispiel nach Bool casten, statt auf Länge 0 zu prüfen. Mache ich normalerweise nicht, aber damit Sie auch mal Bool gesehen haben. Das ist also die Regel, um Wahrheitswerte zu erzeugen. Das heißt, das können Sie in if-Bedingungen verwenden. Zum Beispiel sagen wir mal, Zahl ist gleich 0. Dann mache ich hier if-Bool-Zahl, print, die Zahl ist 0. Äh, Quatsch, if-Not-Bool-Zahl, dann die Zahl ist 0. Also wenn die Zahl, oder das ist natürlich ein bisschen hässlich geschrieben, man kann hier auch schreiben, if-Zahl-Gleich-Gleich-Null, print, die Zahl ist 0. Also kommt man darauf an, dass einem besser gefällt. Also mit Bool kann man jetzt nicht irgendwie aus erreichen, was man nicht auch mit anderen Bedingungen erreichen könnte. Also das waren jetzt so einige generelle eingebaute Funktionen. Diese nehmen also immer meist so eine konkrete Variable. Und jetzt kommen mal noch ein paar Funktionen, die operieren auf Listen oder Sachen, die sind listenähnlich. Also listenähnlich bedeutet hier zum Beispiel so etwas wie Zeichenketten. Weil Zeichenketten sind ja in dem Sinne auch durchlaufbar. Das hatten wir ja auch letzte Woche bei vor. Das heißt, wenn Sie so etwas haben wie eine Zeichenkette, zum Beispiel Hallo, dann können Sie ja jedes konkrete Zeichen dieser Zeichenkette angucken. Das ist ein großes H, kleines A, kleines L, kleines L, kleines O. Das heißt, das verhält sich wie eine Liste, weil Sie können es von vorne nach hinten durchlaufen. Das heißt, diese ganzen Funktionen, die auf Listen operieren, kann man auch für andere Sachen verwenden, die sich listenähnlich verhalten. Der Fachbegriff dafür ist iterierbar oder auf Deutsch durchlaufbar. Für dieses listenähnliche Beispiel habe ich hier mal, also für Listen und listenähnliche Beispiel, habe ich hier mal zwei Variablen festgelegt. Einmal Zahlen und einmal Wort. Zahlen ist dabei eine Zahlenliste und Wort ist eine Zeichenkette, die Hallo Welt enthält. Ja, und hier kommt jetzt diese Plot-Funktion mal zur Geltung. Diese zeigt halt die konkreten Werte laut Liste an. Also das hier minus 10, dann kommt eine 7, minus 3, minus 2, 2, 0, minus 1, 3, 5. Weil in der Regel kann man halt solche optischen Sachen besser verarbeiten als irgendeine Zahlenliste. Das ist halt hier einfach nur nochmal optisch dargestellt. Wie gesagt, den Plot-Befehl müssen Sie sich nicht merken. Das ist rein zur besseren Visualisierung. Und den habe ich ja vorhin selber erfunden. Das zeigt aber übrigens auch schön, man kann also auch Grafiken erzeugen in diesem Jupiter und einbetten. Das heißt, wenn Sie da irgendwelche, wenn Sie da jetzt irgendwelche Sachen halt visualisieren wollen, es gibt ja noch mehr als nur normale Grafen, kann das alles direkt in Jupiter eingebettet werden. Da werden wir vermutlich nächste Woche mal kurz darauf eingehen. Das wird dann auch nicht relevant sein für die Prüfung. Aber ich finde, das sind sehr interessante Funktionalitäten, die man halt auch zukünftig sinnvoll nutzen kann. Und deswegen möchte ich Ihnen das natürlich nicht vorenthalten. Selbstdefinierte Funktionen werden hier in Jupiter leider nicht grün, weil dieses Syntax-Hervorheben ist leider nur hartcodiert auf bestimmte Begriffe. Und das heißt, dem Jupiter fehlt hier irgendwie der Kontext, Funktionen einzufärben. Das gibt diese Umgebung einfach nicht her. Es werden nur die standard eingebauten Funktionen von Python grün gefärbt. Beim Rest müssen Sie wissen, dass es eine Funktion ist. Interessant ist vielleicht noch, welchen Typ hat eigentlich eine Funktion? Moment. Type. Plot. Ah, der Typ ist Function. Okay. Ja, wenn bei Ihnen kommt, Plot is not defined, grün Sie mal hoch. Sie müssen die Zelle ausführen, wo hier devplot, list, import, matplotlib steht. So, hier ist nochmal die Frage, warum zweimal SZ hier oben? Äh, nee, nicht SZ, warum zweimal istgleich? Weil das hier ein Vergleich ist und keine Zuweisung. Zuweisungen gehen mit einem einfachen istgleich. Und Vergleiche auf Gleichheit gehen mit einem doppelten istgleich. Okay. So, und mit len können Sie ja, das kennen Sie ja schon, die Länge ausgeben. Also z.B. len Zahlen sind neun Zahlen drinne. Und mit Wort, len Wort, sind neun Buchstaben drinne. So, hier kann man aber im Geplot nichts mehr aus. Da kann ich Ihnen leider auch gerade nicht sagen, woran das liegt. Also eigentlich müsste das in Jupiter funktionieren. So, dann gibt es noch die Funktionen min und max. Min gibt das kleinste Element zurück. Die kleinste Zahl ist die minus 10. Das sieht man hier auch schön in dem Plot. In dem Plot ist ja der niedrigste Punkt bei minus 10. Und max gibt das größte Element zurück. Das ist ja die 7. Das sieht man gerade nicht so schön, weil die Achsensbeschriftung irgendwie in 2,5er Schritten geht. Ja, und das ist halt die 7. Ist damit das größte Element. Also die Summe von diesen Zahlen her ist 1. Laut Python. Die Summe ist Ihnen schon bekannt. Hatten wir auch schon letzte Woche. Dann gibt es noch Range. Ist Ihnen auch bekannt. Das zeigt eine Liste aus dem Bereich. Und dann gibt es noch die Funktion sorted. Mit sorted können Sie Listen und alles, was so Listen ähnlich ist, sortieren. Und das hier war ja der Originalzahlenplot. Und jetzt plotte ich mal die sortierte Variante. Und Sie sehen, es ist jetzt sortiert. Und deswegen meinte ich, so eine grafische Darstellung ist manchmal praktisch, weil da kann man das besser sehen. Und Sie müssen aufpassen, das Sortieren geht natürlich auch bei Buchstaben. Aber bei Buchstaben wird nicht wie im Wörterbuch sortiert, sondern nach Ordinalwert. Das heißt, wenn Sie hier sortiert Wort machen, kommen zuerst die Großbuchstaben. Ja, und dann kommen die anderen Sachen. Gehen kumulierte Zahlen? Ja. Moment. Ist nicht sogar mit drin irgendwo. Ich glaube, das gab es irgendwo im Moment. Ne, ich habe es gerade verwechselt. CumSum war NumPy. Es gibt noch Accumulate. Genau, also wenn Sie eine kumulierte Summe wollen. Das geht mit Import EtaTools. Dann EtaTools. Punkt Accumulate. Zahlen. Ja, das ist List. Und dann gibt er Ihnen jeweils die kumulierte Summe zurück. Also kumulierte Summe, wer das nicht kennt, das bedeutet, da kommt jetzt das Ergebnis von minus 10 plus 7. Das ergibt also minus 3. Dann macht er ja minus 3 plus minus 3 ist minus 6. Dann minus 6, minus 2 ist minus 8. Also es gibt immer diese Zwischenergebnisse zurück. Das ist die kumulierte Summe. Ja, und EtaTools ist halt ein Modul, was solche Hilfsfunktionen anbietet, um so mit Iteratoren zu arbeiten. Also alles, was so durchlaufbar ist, da gibt es alles Mögliche. Es gibt so Iteratoren, die wiederholen eine Liste zum Beispiel, endlos lange oder ein bestimmtes Element. Aber auf EtaTools konkret werden wir eigentlich nicht eingehen. Das habe ich jetzt gerade hier nur mal eingebaut, weil die Frage wegen der kumulierten Summe kam. Also in EtaTools ist sehr viel Zeug drin, auch für Statistik. Es gibt auch so etwas wie, gib mir das kathesische Produkt zurück. Also Sie haben so zwei Listen und wollen jeweils die Kombination von allen Listen-Elementen gegenseitig haben. Da gibt es direkt auch eine eingebaute Funktion in EtaTools. Also wenn Sie so Storastik oder sowas machen, da gibt es in EtaTools massiv Sachen, die solche Sachen erledigen. Wie gesagt, es gibt in Python unzählige Module, die irgendwelche Funktionen anbieten. Wir können die gar nicht alle anschauen. So, wir waren jetzt hier bei dem SortedWort. Sie sehen, das Ding hat jetzt nach Ordinalwert sortiert und nicht nach Wörterbuch. Ich denke mal, Wörterbuch-Reihenfolge sortieren geht irgendwie, aber ich kann Ihnen gerade nicht sagen wie, da gibt es bestimmte Funktionen, wo man irgendwie angeben kann, in welchem Sprache die Sortierung sein soll. Weil Sortieren ist generell ein großes Problem, weil dieses Sortierverfahren ist natürlich davon abhängig, mit welcher Sprache Sie arbeiten. Also je nach Sprache kann halt die Sortierreihenfolge anders sein. Beispiel in manchen Sprachen, ich glaube in Deutsch war es, da wird halt L direkt nach A eingeordnet und ich weiß nicht, ob es genau Österreich war, ich weiß nicht, welches anders war. Da wird halt das L ans Ende eingereiht nach dem Z oder das L vorm A oder sowas. Also die Sortierreihenfolge ist schon, selbst bei Ländern, die die gleiche Sprache sprechen, teilweise anders. Deswegen sortieren ist ein kompliziertes Problem. Und das hier ist halt der naive Ansatz nach Ordinalwert. Und dann gibt es noch Reversed. Reversed macht genau das, was der Name sagt. Es dreht die Liste um. Sieht man auch schön, wenn man das plottet. Also ist genau die umgekehrte Liste von, ich plott mal noch kurz das Original. Sie sehen, das ist jetzt genau umgekehrt. Das ist also Reversed. Das dreht Listen um. Ordinalwert. Das hatte ich hier oben erklärt. Also Ordinal ist der Wert, wo dieses Zeichen im Unicode Zeichensatz kodiert ist. Heißt also, das große A kommt ja im ASCII-Code vor dem kleinen A. Und auch im Unicode ist das ja so, weil die ASCII-kompatibel sind. Genau, der nimmt den Unicode-Codepunkt. Das meine ich mit Ordinalwert, weil die Funktion halt Ordinal heißt. Genau, also ihr sortiert einfach nach Unicode-Codepunkt. Hier ist jetzt die berechtigte Frage, wann muss man den Lister vorschreiben und wann nicht? Das ist halt so ein Problem, weil ich nicht so tief eintauchen kann in Python. Also wenn Sie jetzt hier so Reverse-Zahle machen, kommt ja irgendwie list-reverse-iterator-add-irgendwas. Das heißt, diese Funktion gibt nicht wirklich eine Liste zurück, sondern die gibt einen Iterator zurück. Also ein Objekt, was man durchlaufen kann. Das heißt, wenn Sie diese Funktion aufrufen hier, passiert das mal gar nichts. Da wird nur so ein Generator-Ding erzeugt, was Sie halt aufsaugen können, zum Beispiel mit list. Und manche Funktionen geben halt direkt Listen zurück und manche Funktionen geben halt solche Generator-Dinger hier zurück. Und wenn so ein Generator zurückkommt, das ist ja auch bei Range so, muss der halt mit list aufgesaugt werden. Das ist halt ein Detail, worauf ich nicht so wirklich eingehen möchte, weil ich finde, das ist für eine Einsteigungsveranstaltung nicht allzu relevant. Es ist halt die Regel, wenn keine Liste dabei rauskommt, schreiben Sie halt noch List rumherum. Damit das geht. Das gleiche Problem haben Sie auch bei Range. Bei Range kommt ja auch so ein Generator zurück. Die müssen Sie auch mit der List-Funktion konsumieren. Das hat primär so Effizienzgründe, weil es gibt auch so Generatoren, die unendlich lange laufen. Also es gibt so Generatoren, die geben einfach unendlich viele Zahlen zurück, zum Beispiel eine aufsteigende Reihe. Dann macht es natürlich keinen Sinn, die mit Liste aufzusaugen, weil Sie haben ja nur eine unendlich lange Liste, was hier nicht geht. Ja, und jetzt habe ich noch zwei Funktionen übrig, die ich Ihnen zeigen möchte. Zum einen Inumerate und Zip. Also mit diesen beiden Funktionen können Sie vor allem gut in Vorschleifen arbeiten. Nehmen wir mal eine übliche Vorschleife vor Zahl in Zahlen, Print Zahl, das kennen Sie ja schon, also einfach gib mir jede Zahl aus, die in Zahlen drin ist. Und manchmal möchte man gerne den Index dieser Zahl haben. Also die haben ja einen laufenden Index, also die minus 10 ist bei Index 0, die 7 bei Index 1 und so weiter. Und diesen Index-Informationen haben Sie hier halt nicht. Um die zu bekommen, gibt es die Funktion Inumerate. Die fügt hier einen Index ein. Also die wurde exakt dafür unterdesigned. Das geht folgendermaßen. Sie schreiben hier links hin zwei Variablen, weil die Funktion Inumerate gibt eine Liste mit zwei Elementen zurück. In Inumerate-Zahlen. Und jetzt können Sie sehen, in der Variable Index ist der aktuelle Index drin. Und in Zahl ist der aktuelle Wert drin. Das heißt, dieses Inumerate hier, diese Funktion ergänzt also diese Liste hier beim Iterieren noch um den Index. Kann man natürlich auch ohne 4 nutzen, aber ist im Prinzip der einzige sinnvolle Nutzen von Inumerate. In Kombination mit 4. Also wenn Sie abzahlen dasselbe haben, dann haben Sie sich vermutlich hier irgendwo verschrieben. Vermutlich haben Sie hier, Sie haben hier Zahlen. Also Sie müssen aufpassen, dass Sie hier auf Zahl verweisen, was hier links von dem, was zwischen 4 und in steht, und nicht Zahlen hinschreiben. Also wenn Sie hier versehentlich Zahlen hinschreiben, kommt da das hier zurück. Was natürlich immer die Liste ist. Das wollen Sie ja nicht. Müssen also aufpassen, dass das hier hinhaut. Also Inumerate geht natürlich wieder für alle Sachen, die durchlaufbar sind. Das heißt, wenn ich hier sowas habe wie Vorindex, wie hieß das? Warte jetzt, ich nenne es mal W in Inumerate. Ich glaube, das hieß Wort oben. So, Printindex W. Können Sie sehen, da kriegen Sie jetzt auch den Index von dem Hallo Welt. Also Inumerate kann man für alles nehmen, was man durchlaufen kann. Ist halt einfach eine aufsteigende Folge. Genau, also um Index zu definieren, brauchen Sie hier kein Istgleich. Das sind einfach, Inumerate gibt halt zwei Werte zurück. Einmal den Index und einmal den Wert. Und deswegen gibt man das halt so hier an, mit so einer Kommatrennung. Ja, und die letzte Funktion ist noch SIP. Mit SIP können mehrere gleichlange Listen gleichzeitig durchlaufen werden. Das ist vor allem praktisch angenommen, Sie haben so mehrere tabellarische Datensätze. Also mehrere Spalten, die irgendwie miteinander zusammenhängen, wie bei der Norfin-Datenbank. Und jede Spalte enthält halt einen konkreten Wert. Und an der Stelle jeweils, wenn beide den gleichen Index haben, gehören die halt irgendwie zusammen. Und genau, also das erste, was der zurückgibt, ist immer der Index. Und das zweite ist immer der Wert in der Liste. Sie reinfolgt es immer Index und Wert. So, jetzt machen wir mal SIP. Zugegebenermaßen, SIP braucht man eher selten. Es gibt ein paar Anwendungsfälle dafür, aber nicht so viele. Mit SIP kann man halt mehrere Listen gleichzeitig durchlaufen. Macht halt Sinn, wenn die Listen irgendwie miteinander in Relation stehen, wie bei einer Tabelle. Er gibt ihn also hier zurück. Zuerst den ersten Wert aus Wort, dann den ersten Wert aus Zahlen, dann den zweiten aus Wort, den zweiten aus Zahlen und beides immer gleichzeitig. Heißt natürlich auch, das funktioniert nur, wenn beide Listen exakt gleich lang sind. Ist eine Liste kürzer, kommt dort Fehler, die Listen sind nicht gleich lang. Ja, das sind jetzt erstmal so eingebaute Funktionen. Also Sie haben vermutlich schon gemerkt, Python bietet da relativ viel an. Manche Sachen recht nützlich, manche eher nur eingeschränkt nützlich, je nachdem halt in welchem Kontext man gerade damit arbeitet. Und nebenbei gibt es ja noch hunderte Funktionen in irgendwelchen Modulen, auf die wir ja hier gerade gar keinen Wert legen. Was einfach daran liegt, dass wir dafür überhaupt nicht genug Zeit haben, um hier irgendwie in die ganzen Module hereinzutauchen. Ein Modul, was wir aber auf jeden Fall noch nächste Woche behandeln werden, ist so Datei ein- und Ausgabe. Da gibt es auch so Module, um zum Beispiel so Fade zu erzeugen und so weiter. Und um zum Beispiel so CSV-Dateien zu lesen, also Komma getrennte Werte, das werden wir uns nächste Woche mal noch anschauen. Da haben Sie nochmal einen Blick auf ein paar Module. Ja, aber das war jetzt erstmal so der Blick auf die eingebauten Funktionen. Und jetzt behandeln wir mal noch, wie man eigene Funktionen erstellt. Also bei eigenen Funktionen haben Sie erstmal so alle Freiheiten. Also es gibt halt wieder so grundlegende Syntax, die Sie beachten müssen. Im Prinzip können Sie mit einer Funktion alles implementieren, was auch Python schon von sich aus anbietet. Abgesehen von solchen Objekten, wie zum Beispiel Listen. Listen können ja noch etwas komplexere Sachen, wie Sie können auch noch Funktionen auf Listen anwenden und sowas. Also mit zum Beispiel Liste Punkt, genau String Punkt Join, um so eine Liste in eine Zeichenkette umzuwandeln, sind dann Funktionen auf Objekten. Über objektorientierte Programmierung werden wir nicht sprechen, weil das Thema ist zu komplex. Wir behandeln nur einfache Funktionen, die halt freistehend sind. Ja, erstmal zur generellen Syntax. Also eine Funktion in Python wird mit dem Schlüsselwort dev definiert. Warum dev? Keine Ahnung. Fn wäre vielleicht besser gewesen. Ist auf jeden Fall dev. Das ist ein Keyword, das erkennt man schon daran, dass es fett geschrieben wird. Und grün. Zumindest hier in meiner Umgebung. Das ist natürlich vom System abhängig. Danach kommt der Name der Funktion. Ich nenne die Funktion mal Fnk0, weil das eine Beispielfunktion ist. Danach kommen die Parameter, die diese Funktion akzeptiert. Was ein Parameter ist, kommen wir noch drauf. Das sind im Prinzip Werte, die Sie in die Funktion hereinreichen. Ich sage jetzt mal, diese Funktion nimmt keinen Parameter. Kein Parameter bedeutet, es muss einfach nur Klammer auf, Klammer zu sein. Diese Klammern dürfen Sie aber nicht vergessen. Also wenn die Klammern fehlen, kommt hier Syntaxfehler. Und diese Definitionszeile hier wird mit einem Doppelpunkt beendet. Diesen Doppelpunkt haben Sie auch schon bei if und for gesehen. Der ist also nichts Neues. Und damit ist jetzt so der Funktionskopf definiert. Die Funktion heißt also Fnk0 und gibt nichts zurück. Der Funktionsinhalt ist dann wieder eingerückt, wie bei if und for. Und alles, was eingerückt ist, gehört jetzt zu der Funktion. Also Funktionen nutzt man, um so wiederverwendbare Programme zu schreiben. Die Funktion hier kann natürlich nicht allzu viel, aber ist auch nur ein Beispiel. Jetzt habe ich hier eine Funktion definiert, die heißt Fnk0 und die kann ich jetzt ganz normal aufrufen. Und da gibt er mir jetzt halt Test aus. Und ich kann die Funktion auch dreimal aufrufen. Dann gibt er mir dreimal Test aus. Das bedeutet halt dieser wiederverwendbare Code. Sie haben jetzt halt einmal diese Funktion da geschrieben und können die jetzt immer wieder aufrufen. In dem Fall ist es natürlich eine sehr einfache Funktion, deswegen zeigen sich hier noch nicht so die Vorteile. Aber das ist erstmal so die generelle Syntax für Funktionen. Das ist der Funktionskopf und was dann da drin steht, kann alles sein, was Sie aus Python so kennen. Damit ist das Einzige, was eigentlich neu ist, diese erste Zeile hier. Noch eine weitere Funktion. Wir nehmen jetzt mal eine Funktion, die zwei Parameter akzeptiert. Und das Ziel ist, die Summe zu bilden. Und diese zurückzugeben. Ich mache mal die Funktion devSumme. Da sage ich jetzt mal Zahl 1, Zahl 2. Das sind die Parameter. Das heißt, an diese Funktion können Sie zwei Zahlen übergeben. Also es müssen keine Zahlen sein. Python ist ja dynamisch typisiert. Aber bei Python gilt ja, der Entwickler ist dafür verantwortlich, was er dort reinreicht. Das heißt, wenn jemand, der gegen diese Funktion programmiert hat, keine Zahl reinreicht, aber es kommt ein Fehler, ist das nicht ihr Problem, sondern die des Entwicklers. Ist halt so die Python-Filosophie. Jetzt bilde ich hier mal die Summe. Und diese möchte ich ja zurückgeben. Für Rückgabe nutzt man das Keyword return. Return heißt, diese Funktion gibt etwas zurück. Und was gibt diese Funktion zurück? Die gibt zurück Zahl 1 plus Zahl 2. Das ist natürlich auch wieder ein einfaches Beispiel. Jetzt kann ich also schreiben Summe 1, 5. Und diese Funktion gibt mir jetzt zurück 6. Und die Funktion nimmt exakt zwei Parameter. Angenommen, ich vergesse den Parameter, steht hier Summe 2 benötigte Positionsargumente fehlen. Zahl 1 und Zahl 2. Das heißt, in dem Fall habe ich zu wenig übergeben. Und in dem Fall habe ich zu viel übergeben. Also es müssen konkret zwei Argumente übergeben werden. Es steht halt, zwei Argumente erwartet, aber drei wurden übergeben. Also das sind dann so die Fehlermeldungen, wenn sie die falsche Anzahl an Parametern übergeben. Die Funktion nimmt halt exakt zwei. Ja, und da ja Python dynamisch typisiert ist, ergibt sich hier halt so dieser kuriose Nebeneffekt, dass man hier nicht nur Zahlen übergeben kann, weil... Heißt also, ich mache hier mal Summe, Hallo und Welt. Das funktioniert trotzdem, weil Operator Plus funktioniert ja auch bei Zeichenketten. Das heißt, es funktioniert trotzdem. Ist vielleicht nicht Sinn der Sache, von dem der diese Funktion erfunden hat. Aber es geht halt, dass es halt dieser Vor- oder auch gleich... Das ist halt Vor- und Nachteil zugleich von dynamischer Typisierung. Dass Sie die Funktion halt auch auf Arten nutzen können, die vielleicht gar nicht vorgesehen waren, aber die trotzdem funktionieren. Also Sie können dort natürlich auch Variablen übergeben, wenn Sie das meinen. Also man kann sagen, a ist gleich 3. Und dann rufe ich hier auf, was weiß ich, Ergebnis ist gleich Summe 3. Aber ich sage mal, minus 1 und a. Gebe das aus. Dann sehen Sie natürlich, da kommt 2 zurück. Also man kann natürlich auch überall mit Variablen arbeiten und das Ergebnis auch zwischenspeichern. Und das funktioniert alles so, wie Sie es bereits kennen. So, Sie meinen, dass die Anzahl egal ist. Anzahl egal geht auch... Da kann ich ja mal... Das würde ich eigentlich nicht behandeln, aber wen das unbedingt sehen will. Also beliebige Menge, beliebige Argumente. Ich nenne es mal... Ist das jetzt Bonus? Ich nenne es mal Summe 2. Da gibt es hier Sternchen, Zahlen. Und dann mache ich... Jetzt ist gleich 0 vor Z in Zahlen. S plus gleich Z, Return S. So, und jetzt haben Sie hier eine Funktion, die akzeptiert ein Argument. Äh, die akzeptiert eine Argumentliste. Das Sternchen steht hier für eine Argumentliste. Heißt, das akzeptiert beliebig viele Parameter. Und intern werden die dann in eine Liste umgewandelt. Und als Zahlen in die Funktion hereingereicht. Das ist aber eher so fortgeschrittenes Python. Das ist jetzt nichts, was Sie sich unbedingt merken müssen. Das werde ich auch nicht abfragen. Aber ja, dachten wir irgendwie schon, dass das irgendwer fragen wird. Und ja, plus gleich ist das folgende. Also plus gleich... Also, das ist dasselbe wie das hier. Sie haben zum Beispiel... Sagen wir mal... Ich mache mal a ist gleich 1. So, und Sie wollen das um 1 erhöhen. Da geht entweder a ist gleich a plus 1. Oder a plus gleich 1. Diese beiden Sachen hier sind äquivalent zueinander. Also Sie können entweder a plus 1 schreiben oder a plus gleich 1. Das ist beides genau das Gleiche. Heißt also, addiere auf. Was manchmal hilfreich ist, ist das Dokumentieren von Funktionen. Ich nehme mal die von oben. Und Sie können hier mit dreifachen Anführungsstrichen sogenannte Dokumentationskommentare schreiben. Und mit Help können Sie diese Dokumentation abrufen. Das geht übrigens bei allen eingebauten Modulen auch. So wird das halt dokumentiert. So schreiben Sie einen Kommentar da rein. Und dann kann mit der Help-Funktion halt der Dokumentationskommentar ausgelesen werden. Was Sie dort reinschreiben, ist natürlich Ihnen überlassen. Es sollte halt irgendwas sein, was kurz erklärt, wie die Funktion funktioniert. Und vielleicht noch, da kann ich auch Beispiel reinmachen, wie man die in Kombination mit anderen Funktionen nutzen soll. Dokumentieren ist auch so eine Kunst für sich. Wer jemals so mehr in Softwareentwicklung reingeht, wird dann schon merken, wird dann schon ein Gefühl dafür bekommen, wie man dokumentiert. Man möchte jetzt nichts zu tief eintauchen, da kann man auch stundenlang drüber reden. Noch ein zweites Beispiel. Ich hätte jetzt gerne mal, ich mache mal eine Funktion, die nennt sich Absum. Die bildet die Summe der Beträge von zwei Zahlen. Ich mache mal Z ist gleich Abszahl. Und Z2 ist Abszahl 2. Dann mache ich Return Z1 plus Z2. Das kann man natürlich auch in eine Zeile schreiben, das ist nur ein Beispiel. Jetzt mache ich hier Absum minus 4 minus 1. Und bekomme 5 zurück, weil die haben wir jetzt von beiden Zahlen den Betrag gebildet. Und das ist ja die positive Zahl. Und dann kommt hier 5 raus. So, nächstes Beispiel. Ich mache noch eine Funktion, die das Quadrat von Zahlen berechnet. Also ich meine, das ist halt einfach nochmal ein anderes Beispiel für eine Funktion. Also Quadrat X. Return X hoch 2. Jetzt mache ich mal Print. Quadrat 4. Print. Quadrat 10. Und Print. Quadrat 5. Und das bildet halt die Quadrate der Zahlen. Und der Vorteil ist hier angenommen, Sie wollen jetzt irgendwie statt dem Quadrat irgendwie X hoch 3 bilden. Gut, die Funktion heißt natürlich noch immer Quadrat. Da ignoren wir das mal. Können hier einfach eine 3 reinmachen. Und alles nochmal ausführen. Und ich muss halt nur an einer Stelle diese Zahl ändern. Das ist so der Vorteil an diesen Funktionen. Wenn Sie sich irgendwie mal bei einer Funktion anders entscheiden, können Sie halt an einer einzigen Stelle im Code den Wert ändern. Und dann wird es überall in Ihrem Programm übernommen. Wenn Sie hier keine Funktion haben, müssen Sie halt sorgfältig mit Suchen ersetzen arbeiten oder von Hand ersetzen. Das ist halt fehleranfällig. Deswegen sind Funktionen super, um so Sachen festzulegen, die man mehrmals aufruft. Diese Quadratfunktion werde ich jetzt mal direkt nutzen, um hier mal Zahlen, also das hier zu quadrieren. Ich möchte jetzt also mal eine neue Liste erzeugen, welche die Quadrate dieser Zahlen enthält. Ich nenne das mal Quadratwerts der Werte in Zahlen als neue Liste. So, ich sage jetzt mal, die neue Liste heißt Q-Zahlen, weil Quadratzahlen ist eine leere Liste. Jetzt mache ich hier vor, Zahl in Zahlen, Q-Zahlen, Punkt Append. Append war ja diese Funktion, hatten wir letzte Woche, um Elemente an, Listen anzuhängen. Append Quadratzahl. Das ergibt jetzt also hier die Quadrate dieser Zahlen hier. Und wenn man da jetzt mal etwas anderes nimmt, zum Beispiel die Zahlen von, ich nenne es mal LST wieder, die Zahlen von 0 bis 10. Also die hier. Und von denen jetzt die Quadratebilder. Ja, das war falsch. Äh, Q-Zahlen. Können Sie halt sehen, dass jetzt hier halt... Moment, ich wollte eigentlich minus 5 bis 6 machen. Das wollte ich eigentlich. Ja, da haben Sie jetzt halt zum Beispiel die Quadrate hiervon gebildet. Dann kommt jetzt halt so ein parabelartiges Konstrukt heraus von den Zahlen, weil die ergeben ja dann natürlich 25, 16, 8, 4, 2, 1. Und dann wieder umgekehrt, weil Sie bilden ja das Quadrat. Das heißt, negative Zahlen werden positiv. Genau. Und dann können Sie halt mit dieser Quadratfunktion hier halt Quadrate von Zahlen bilden. Also einfach x mal mal 2. Und Sie haben jetzt gesehen, ich habe jetzt diese Funktion mehrmals wiederverwendet. Anderes Beispiel, ich erfinde hier mal eine Funktion, die heißt counteven, die zählt, wie viele Listen-Elemente gerade sind. Das heißt, diese Funktion akzeptiert eine Liste als Parameter. Wie Sie sehen, werden da ja nie Datentypen angegeben. Man muss einfach darauf vertrauen, dass der, der die Funktion aufruft, weiß, dass das eine Liste sein muss, die er da übergibt. Das Zählen, das hatten wir ja schon in dieser Art. Letzte Woche, nur ohne Funktion. Also die Idee ist hier die folgende. Sie durchlaufen die komplette Liste. Dann schauen Sie, ob bei der Restdivision 0 rauskommt. Also ob die, wenn man durch 2 teilt, kein Rest herauskommt. Also ohne Kommastelle das Ergebnis ist. Den Trick hatten wir auch schon letzte Woche. Und dann, wenn das der Fall ist, erhöhen Sie den Zähler um 1. Das heißt, dies ist eine gerade Zahl. Und am Ende geben Sie zurück, wie viel Sie gezählt haben. Da übergebe ich jetzt mal dieses counteven hier. Gerade Zahlen sind hier die minus 10. Minus 2, 2, 0. Ja, und das war's. Das heißt, das Ergebnis müsste sein 4. Ja, funktioniert. Dann übergebe ich hier mal noch. Ja, gibt's noch countot? Genau, countot wollte ich gleich auch noch zeigen. So, jetzt mache ich mal noch counteven. Da übergebe ich mal direkt in die Range. Eine Range ist ja listenartig. Heißt, kann man mit einem Fonds durchlaufen. Im Bereich von 0 bis 10. Also die 10 ist ja nicht drin, weil offenes Intervall. Also 0 bis 9 haben Sie ja die geraden Zahl 0, 2, 4, 6, 8. Also fünf Stück. Ja, und jetzt schreiben wir mal noch countot. Und für countot werden wir counteven wiederverwenden. Die Idee ist die folgende. Also die Regel ist ja, wenn eine Zahl nicht gerade ist. Ja, also wenn eine Zahl nicht gerade ist, muss sie ungerade sein. Das heißt, wir nehmen einfach die Länge der Liste und ziehen die Anzahl an geraden Zahlen ab. Und dann haben wir die Anzahl an ungeraden Zahlen. Also Idee. Zahlen, die nicht gerade sind, sind ungerade. Daher Listenlänge minus Anzahl gerade Zahlen. Ist also das folgende. Return len list. Minus. Ich mache erstmal jetzt countot Zahlen. Mal sehen, also die Länge von... Wie viele Zahlen hatten wir denn? Len Zahlen. Genau, wir hatten neun Zahlen da drin. Und es gab vier gerade Zahlen, also muss es zwangsläufig fünf ungerade Zahlen da drin geben, weil das ist der Rest davon. Das funktioniert. Und jetzt mache ich mal countot range 0,10. Ja, also das war jetzt countot. Nimmt also die Idee Listenlänge minus Anzahl gerade Zahlen. Das heißt also, man kann auch Funktionen wiederverwenden, indem man sie wieder in anderen Funktionen einbaut. So, dann hätte ich jetzt hier noch count num. Diese Funktion zählt, wie oft eine übergebene Zahl in der Liste vorkommt. Das ist fast das gleiche wie das Count da oben. Das Ding akzeptiert eine Liste. Und die Zahl, die gesucht wird. Wieder der normale Zähler. Und dann for n in list. if n gleichgleich die gesuchte Zahl, erhöhe den Zähler um 1, return anzahl. So, Beispiel. Wir möchten zählen, wie oft kommt die 1 vor in der Liste C? Dreimal. Wie oft kommt die 1 vor, äh, wie oft kommt die 4 vor in der Liste C? Zweimal. Und hier gilt wieder, bevor man das selber schreibt, sollte man vielleicht schauen, ob es schon eine Funktion gibt in Python, die das kann. In dem Fall ist das nämlich so, denn die Listen haben eine eingebaute Funktion namens count. Die gibt es auch bei Zeichenketten. Damit kann sie zählen, wie oft ein Element in der Liste vorkommt. Zum Beispiel C.count1 ist die eingebaute Count-Funktion von Listen. Ist also 3. C.count4 ist 2. Also die funktioniert exakt so. Ist vermutlich auch intern genauso umgesetzt wie meine hier. Funktioniert exakt so wie das hier, aber ist bereits fest eingebaut. Also das waren bis jetzt alles so Fälle, wo wir halt so Informationen aus Listen herausgezogen haben. Und damit irgendwie gearbeitet haben. Was wir jetzt noch machen, ist mal eine konkrete Liste zu modifizieren. Ja, also ich möchte jetzt mal eine Funktion schreiben, die heißt inc n. Diese Funktion erhöht den Wert aller Elemente in der Liste um n. Und hier werden wir mal enumerate verwenden, weil wir den Index brauchen. Ja, also Funktion inc n. Die nimmt also zwei Parameter. Zum einen eine Liste und zum einen die Zahlung, die erhöht werden soll. Und dann mache ich vor i, n. Also Index und Das kann ich jetzt nicht n nennen. Muss ich anders nennen. i und ich nenne es mal Wert. Weil wenn ich das n nenne, hat diese Variable hier den gleichen Namen wie dieser Parameter. Das heißt, dieses n hier verdeckt dann dieses n hier. Weil die haben beide den gleichen Namen. Ich sage also mal Wert. O i, Wert in enumerate List. Sie erinnern sich, enumerate i ist ja der Index, wo wir gerade sind. Und Wert ist der konkrete Wert in der Liste. Und jetzt mache ich das folgende. Ich mache List e, also an der Stelle, wo wir gerade sind. Erhöhe den Wert, der dort ist, um n. Beziehungsweise ist das ja List e ist List e plus n. Return List. Das sieht erst mal so aus, wie man es erwarten würde. Und jetzt mache ich hier mal inc n. Zahlen. N. Äh, nicht n. Ich erhöhe es mal um 1. So, jetzt gebe ich mal das beides aus. Jetzt gebe ich zum einen aus. Genau, inc n. Das gibt jetzt hier was zurück. Und immer wenn ich das ausführe, merken Sie, aus irgendeinem Grund steigt der Wert um 1. Obwohl ich hier nirgendwo was zuweise. Also ich meine, ich führe das hier jetzt aus, ohne Zuweisung. Und aus irgendeinem Grund scheint sich der Originalwert von Zahlen um 1 zu erhöhen. Also, jetzt ist Zahlen minus 4, 13 und so weiter. Ich führe das nochmal aus. Gebe Zahlen nochmal aus. Sie merken, irgendwie Zahlen erhöht sich. Obwohl hier keine Zuweisung ist. Das ist ja schon irgendwie merkwürdig, werden jetzt vielleicht einige denken. Der Grund dafür ist der folgende. Das ist nicht immer erwünscht, aber ist hier so. Was Sie hier übergeben, sind Referenzen auf diese Dinge. Das heißt, diese Liste hier ist keine Kopie, sondern eine Referenz. Das heißt, das ist die Liste selber, die Sie hier reingereicht haben. Das heißt, alle Operationen hier sind auf der Liste selber. Heißt also, wir können uns dieses Return List eigentlich sparen. Die Liste wird auch hier schon modifiziert. Es ist natürlich dann immer die Frage, will man das oder will man das nicht? In anderen Programmiersprachen kann man das festlegen, wer prozedurale Programmierung im nächsten Semester bei mir hat. Das sind ja nicht alle. Dort geht es hier um C++. Dort kann man zum Beispiel angeben, ob man den Parameter als Kopie möchte oder als Referenz. Bei Python werden immer Referenzen übergeben. Ja, und damit wird also die Originalliste überschrieben. Was nicht immer wünschenswert ist. Wenn man das nicht möchte, kann man kopieren. Kopieren heißt, ja genau, wir machen einfach eine Kopie der Liste. Das geht zum Beispiel, indem man die Liste einmal komplett sliced. Das ist ein leerer Slice. Das heißt, der geht vom Anfang bis zum Ende, weil es werden weder Anfang noch Ende angegeben. Und das hier kopiert die Liste. Und das sorgt jetzt dafür, dass das Original nicht mehr verändert wird. Ich mache jetzt mal ink and copy. Zahlen 1. Und Sie sehen, egal wie oft ich das ausführe, die Originalliste wird nicht verändert. Weil das Ding mir ja eine neue Liste zurückgibt. Also hier oben, das Original ändert sich. Es steigt immer alles um 1. Und hier unten, das Original bleibt und es wird eine Kopie zurückgegeben. Was man von den beiden verhalten möchte, ist natürlich dem Programmierer überlassen und dem Kontext. Das ist halt immer sehr situationsabhängig, welche der Varianten jetzt hier die bessere ist. So, ich mache jetzt noch einmal hier ink and 1 und hier auch. Ja, hier ist jetzt noch so eine Frage, kann man den Slice nicht auch ganz weglassen? Leider nicht. Also wenn Sie den Slice hier weglassen, wird nicht kopiert, sondern es wird eine Referenz zugewiesen. Das heißt, in dem Fall zeigt List Copy auch das gleiche Element wie List. Also wird gar nichts kopiert. Wenn Sie das machen, sehen Sie, es erhöht sich weiterhin alles um 1. Weil Sie auf einer Referenz arbeiten, statt auf einer Kopie. Das heißt also, hier muss man aufpassen. Ich finde, das ist nicht super intuitiv. Das hat ja Nachteil in solchen dynamischen Sprachen, dass man dieses Verhalten nicht explizit angeben kann. Man muss deshalb mal sich einfach bewusst sein, wie es sich hier verhält. Ja, dann danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Und haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ich scroll mal zu dem Minus Range. Wo war das? Minus 5, 6. Hoch. Das ist hier. Ja, dann immer her mit Fragen. Ja, und genau. Wer keine hat, Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Und dieses Notebook, das wird in ein paar Minuten auch wieder auf Moodle verfügbar sein. Also wenn Sie irgendwas verpasst haben, können Sie einfach das Notebook gleich runterladen. So, Ink N gehen. Ja, mache ich gleich. Ich lasse das hier nochmal kurz offen. Vielleicht drücken Sie am besten mal kurz die Drucktaste, damit Sie das haben. Oder warten kurz auf das Notebook. So, und dann, ja, Ink N. Also bei Ink N kommen bei Ihnen andere Zahlen raus aus dem folgenden Grund. Also Sie haben jetzt hier zum einen, also das erhöht hier immer das Ergebnis um 1. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie das ausführen, werden alle Werte um 1 erhöht. Also Sie haben jetzt hier ja Minus 9. Dann wird das Minus 8, Minus 7, Minus 6, Minus 5, Minus 4. Also bei jeder Ausführung steigt der Wert hier um 1 von allen Elementen, weil das ja Referenzen sind. Deswegen kommen bei Ihnen vermutlich da andere Zahlen heraus, weil je häufiger Sie das ausführen, dann sehen halt die Zahlen jedes Mal anders aus. Also die Frage, wie kann man sich diesen Aufgabentyp in der Prüfung vorstellen? Also die Prüfungsaufgaben werden so aussehen wie die Aufgaben, die Sie im Praktikum haben. Also ab dem künftigen Praktikum werden die Aufgaben auch etwas mehr so praxisbezogener sein. Also wir haben jetzt hier eigentlich so alles besprochen, was man braucht, um auch so komplexere Aufgaben sinnvoll bearbeiten zu können. Also mit Funktionen jetzt vor allem. Das heißt, Sie werden dann so zum Beispiel die Aufgaben haben, konkrete Funktionen zu schreiben. Das können dann auch zum Beispiel eine der Prüfungsaufgaben sein. So und hier ist jetzt noch die Frage, dass mit dem Dockstring funktioniert bei jemandem nicht. So, dann müssen Sie da erstmal einen Dockstring wiederfinden. Also bei dem Dockstring ist ja das Wichtige, die müssen unbedingt drei Anführungsstriche enthalten und auch mit drei Anführungsstrichen geschlossen werden. Also das ist das Wichtigste. Sie müssen jetzt aufpassen, dass Sie hier drei Anführungsstriche haben, wenn Sie irgendwie gemixt haben. So was hier kommt EOF-Wise-Scanning-Triple-Quoted-String-Literal. Okay. Okay, Sie hatten vier. Ja, genau. Also da müssen Sie aufpassen, es müssen exakt drei sein. Drei Anführungsstriche sind halt die Kennzeichnung für Dokumentationskommentare. Das hat man vermutlich so gewählt, damit man dort Anführungsstriche reinmachen kann. Also ich kann jetzt auch machen, so mir zwei Zahlen. Und das juckt den einfach nicht, weil die Anführungsstriche hier werden ignoriert, dass da nur eins drin ist. Ist so ein Vorteil an diesen Dreifach-Anführungsstrichen-Dinger, dass man halt auch normale Anführungszeichen ohne Escaping dort reinmachen kann. Ja, wenn es da sonst keine Fragen gibt, dann bis zum nächsten Mal. Ja, wenn es da sonst keine Fragen gibt, dann bis zum nächsten Mal.